Manchmal bin ich deutlich mehr mit Vorträgen unterwegs, als wie draußen am Berg. Und das fordert mich auch richtig, da brauche ich Energie. Und diese Energie, die kriege ich von draußen sein. Die Berge sind für mich zentral in meinem Leben. Ich lebe nicht nur am Berg, sondern ich lebe mit dem Berg. Und das hat für mich doch eine wichtige Bedeutung in meinem Leben. Und wenn ich bei mir zu Hause rausgehe, dann sehe ich einzigartige Lebensräume, eine natürliche Pflanzen- und Tiervielfalt und für sie gibt es Natura 2000. Damit schützen wir das europäische Naturerbe in Bayern. Man muss sich klar machen, dass die Natur nicht an Grenzen halt macht. Und deswegen wollen wir dieses Naturerbe für uns und die kommenden Generationen nicht nur in Bayern bewahren, sondern in ganz Europa. Der Berg zeigt mir meine Grenzen auf, nicht ich ihm seine. Das ist ganz meine Natur. Und das ist ganz die Natur. Untertitelung des ZDF, 2020